Babolat Pure Control, ein richtiges Turnier-Reicket. Der Peter wird uns wieder die Spezifikationen erklären und was sich Babolat bei den Schläger gedacht hat. Der Pure Control ist, wie schon der Name sagt, der Schläger, der für absolute Ballkontrolle steht. Ist auch von den Spielern bevorzugt, die diesen klassischen Schlägertypus lieben. 16 Längs, 20 Querseiten vermitteln dann auch diese gute Kontrollierbarkeit-Tabelle. Ansonsten ist es ein Schläger, der wirklich gedacht ist für die routiniers, die einen klassischen, aber nicht zu schnellen Rahmen suchen. Gut, also ich bin ganz offen. Stefan hat den Schläger getestet. Für mich war er sehr, sehr schwer zu spielen. Das sage ich auch dazu. Also ich bin wahrscheinlich nicht mehr das Zielpublikum dieses Schlägers. Wahnsinnige Kontrolle, aber man muss richtig arbeiten dafür auf der Tour. Meines Wissens nach Sam Stoscher spielt den Schläger Benny Becker. Wie hast du denn gesehen, nachdem du bei uns jetzt für die Tourspieler oder aktiven Turnierspieler eigentlich zuständig bist? Also das ist sicherlich ein Schläger, der für Spieler ist, die wirklich einen Zug im Schläger haben und die absolute Kontrolle brauchen. Also auch mir persönlich. Ich bin auch das neue Material schon gewohnt. Also da geht mir persönlich zu wenig raus. Also bin ich jetzt auch nicht mehr so fit, wie ich immer war. Aber für Leute, die wirklich ziehen und wirklich die Kontrolle brauchen, ist das der perfekte Schläger. Aber man muss wirklich arbeiten, weil sonst geht da nichts außer. Also noch einmal kurz, wenn ihr eher Probleme habt, dass der Ball immer zu weit im Auto ist mit der Plane hinten, dann ist das das richtige Gerät. Also da müsst ihr wirklich arbeiten. Kontrolle super, aber erwartet euch nicht zu viel Hilfe von dem Schläger. Probezütt WWE Besucher Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020